Hallihallo liebe Freunde, willkommen zurück zum Daily Ranking, diesmal war es wieder mal so eine spontane Aufnahme Counter-Strike, beziehungsweise habe ich einfach mal Aufnahme laufen lassen und es ist ganz gut geworden, deswegen gibt es heute eine Runde Counter-Strike, oben rechts seht ihr wer gerade spricht, das habe ich über das Overwolf Overlay einblenden lassen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey, zwischen Jungle. Was machst du denn, hey? Oh, ich bin tot. Alter. Geh schnell. So, wieder da. Der Random war instant tot, irgendwie. Ah, es ist eine Bombe. Ich weiß. Was? Aber hier waren drei in der Mitte. Nee, ich meinte nicht dich, ich meinte, der, wie gesagt, halt wieder da. Oh. Der Reflex-Sprung. Äh, Econ, ne? Ja, auf jeden Fall. Oder wollen wir gegen kaufen? Nö, aber unser Random, unser Lopez. Wir haben gerade erst angefangen, ne? Ja. Ja. Toll. Es waren aber schnelle 1000 Quadratmeter Rasen, die du da gemäht hast. Ja. Ja. Die Batterie war leer. Ich bin, ich bin in einer Stunde wieder da vor allen Dingen, ey. Hä? Du hast gesagt, du bist in einer Stunde wieder da. Ah. Ist doch, ist doch. Nee, es ist keine Stunde rum. Alle, alle A. Ja. Die spielen komplett gegen die normalen Rhythmus. Was? J. Was? Ja. Eine Ninja. Der ist, äh, Jungle. Der letzte müsste Jungle sein. Ja, ein Diffus. Ja, ein Diffus. Diffus durch. Na, jetzt kannst du. Oder nicht. Den Diffus jetzt durch. Kann ich mal an der Voll-Eco drei Leute rollen, easy. Ja. Dann werden ja auch noch alle Waffen gesnackt, die hier irgendwo rumlagen, ja. Ja, dem einen habe ich überraschenderweise mit einem zweiten Schuss einen Header gegeben. Ich glaube, er war genau so überrascht wie ich, war halt heil geflasht. Ich denk so, höh? Er war genau so überrascht wie ich, das ist immer ne geile Ansage. Ich geh mal auf B. Okay. Soll ich das Mitte machen, oder was dann? Ah, gut. Ja, ne Awe in Runde 3 ist ganz schön verschwendet. Komm, ne Flash. Mit ist safe. Wahrscheinlich B, oder? Ja, A ist safe. Ja, viele Saves. Einer On-Spot bei Truck. 2 bei Truck. Noch einer. Drauf. Brauch als Hilfe, sonst bin ich gleich weg. Komm mal. 6 HP. Bei Truck. Ja, komm mal. Ja, weiß. Oh. In AK. Uiuiuiuiuiui. Hunger macht. Wer ist der, der Randy eigentlich, ist das Lopez? Ja, ja das ist... Ja. Ja wieder, Lopez ist ja. Hennepa 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 Wissen sie, haben sie gerade ge-ecoot? Ne Ne, ne Die haben, also MPs haben sie gehabt Also haben sie jetzt eigentlich gar nichts Theoretisch nicht, ne Naja, wir könnten sie in B-Ray machen Okay, sie spielen komplett gegen den Rhythmus, den ich spielen würde Ich bin schlecht, ich gehe gleich aus Achtung, Flash Mittag Hat einer von euch, äh, E-Apps gemolid? Ja, ich Okay Tafer, ja? Ja Tafer, warum sind die also schlecht bei den anderen Klicks Ich glaube, Tetris ist noch einer Boah, Apps Tetris Letzter, äh, zuerst Tetris ist dort, sehr egal Bombe war in Apps E-Apps gemolid Geld hab ich ja, genug Okay, dann Tiefel hat wieder seine geliebte AK Yes Ey, mir ist, mir läuft nix vor die Flinte, ne? Das ist fürchterlich Gibt mir leid Ich musste den jetzt auch gerade pushen, damit ich überhaupt nen Kill kriege Tötet zu viel Tötet zu viel Ich gehe untergrund Oder ist da schon einer von euch? Ne, ich bin Der Room Oder Leather Room heißt das glaube ich Einer hat nen Anschuss Dinger, hast du Luft mit mir? Dinger, hast du Luft mit mir? Dinger, hast du Luft mit mir? Drei Mindestens Jaja, ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Aber die brauche ich jetzt nicht face'n Dinger, ich hab's gesehen Ich bin einfach auf Zeit Also drauf im Spot und legen jetzt Spiel einfach auf Zeit Karpom ist da Ja genau deswegen Einer ist noch Pallas von dem Einer Jungle glaub ich noch Ja Letzter Jungle verliegt aber eine arfe oder er hat sie ich will du schlägst auch noch ein halb so halb habt ihr habt ihr gesehen wie lopez vorgeaimt hat der hat kühl gefeiert und ist er beim zweiten schoss in den rhein gerannt ist mir egal wenn er bei mir hackt so lange ich wollte gerade sagen solange er nicht gegen und ich wollte es gestern bei evil auch machen aber das ging ich hatte da schon zugeguckt das hat damit nichts zu tun da stand halt irgendwie gerade nicht verfügbar ein replay angeguckt ich gehe war jetzt nicht mehr als du aktiv gespielt hast du auch von a bild schritt ist ja 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 oben in der mitte ist aber noch ja nur noch zwölf die go down einer pusht durch kommen wir kurz er ist noch nicht draußen ist noch nicht draußen geht zurück einer ist truck gewesen die bombe ist truck down ja aber immer noch zwölf also er hat eine arfe aber die gehen zurück kommt jetzt kommen sie halt ja also der paprikaner hat mir jetzt schon zwei one klicks mit der diegel gegeben der ist gut im aim aber sein sein profil ist privat und er ist auf rang 1 beim cspro profil er ist kann auch sein dass das einfach ein krasser smurf ist also wenn du da irgendwelche lm smurfs hast die sind halt echt die geben dir solche klicks also das wird kein regulärer spieler sein das mache ich damit ich bin alleine auf b ist ein bisschen okay ich komm ich bin da äh pelas hat gebrannt ja das war meine ja aber der hat gehittet du schießt auf short oder was nee ich bin hier gleich in deren spawn ach pfff ok ja den hab ich getroffen einer ist in der mitte ok ja mitte höre ich alter was wo sind die mitte recht um die ecke recht um die ecke p90 wo ist denn der letzte ach das ist der letzte im palace haben die zwei ordentlich abgefackelt ja ja ich hab auch den molo reingeworfen mit dir zusammen duc 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 deswegen hab ich die hits auch gehört ah das ist gut ok irgendwer drop braucht ne ich hab so ein paar tausend oha und er ist wieder hier der ich bin dekadent brauche einer drop mi 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 er hat 16k unser random mann wow er ist nur zweimal gestorben ich auch ne du dreimal ne ich bin nur zwei ich bin zweimal gestorben ah korrekt mehr flipper ich bin schon zu oft gestorben zwei mitte oben einmal mit aber wahrscheinlich was helles b also zwei waren mitte ne ich geh zu b rüber aber ich bleib vielleicht doch auf a helles hat noch 18 hp ja die sind die sind mitte connector gehen abp dass die so weit hinten steht dachte ich nicht abp oben bitte lupeth ist auf a rums safe bester call in dem moment wo ich sage just save wirft er halt die granate oder sieht man ihn halt bomb has been planted at a room man wird echt zu recht zurückgesetzt wenn man den stab also diesen diesen rang 40 hat dann kannst du irgendwie im prestigemodus zurücksetzen und kriegst dann so ne lustige medaille ach so eine verdienstmedaille genau siehst du davon habe ich keine also habe ich noch nie zurückgesetzt aber letzten endes hast du nichts davon wenn du das zurücksetzt außer also du hast keinen nachteil so wie bei kot jetzt bei kot hast du ja auch immer alle waffen und alle boni verloren das halt scheiße war ne ne ok und umständen brauche ich jetzt mal einen drop was kann ich eine geile drop lopez hinter dir hast du schon und sorry ja er hat halt 16k deswegen hab ich ihn gefragt guys where are you from oh das ist ein kind Germany ok dann geh ich mal A spielen oder gehst du mitte ok dann geh ich nach C mit wem redest du mit mir genau ha also ich führe immer selbst gespräche kennst du doch schon ja ja nur weil im raiden einer bautet wo ist denn was in der mitte oben ist eine Aave na wie immer und da ist noch irgendwie einer mit nem pistol oder sowas ey die Aave noch mitte ich seh sie nicht ja mit ja auf A aufm spot ne ist sie also nicht ne hier ist unterholz unterholz underwood mhm das ist die Aave Pallas jetzt oben Pallas jetzt oben Pallas jetzt oben Pallas jetzt oben Aave Pallas wahrscheinlich eher noch Tetris oder so alles klar kommt raus kommt raus kommt raus evil nevermind einer noch jetzt tot ach schön du dich ne AK komm schon wieder n drop verdammt in meiner AK kriegst du nicht hehehe das ist immer so geil auf AKs bist das ist halt der one click ins gesicht ja ich gebe das denn wenn er das denn könnte Dankeschön ohhhh Shots were fired was ich bin ruhig ich hab 3,3,6 ich wollt grad sagen ey was bist du eigentlich ich komm dann im Weg gehen welche Berechtigung hast du hier ich kann atmen ah ok oh mitte wir müssen ein mit einer Connector bitte ja ich kann Connector gehen schon klar ah fuck blöde wicksgranate was hat was gesteppt hier mit der Underfoot oder der Underpass hier Mitte seh ich nix erstmal ja Underpass ist noch 2 wow Underpass Pallas die sind auf B zurück Underpass mit der Combo get robbed Gernade mit der mit Ne ok Combo gepickt oder ne die ist die ist mit der Naps das tippt das ok nicht schießen da kommt der Mate jetzt gleich Kommt nicht mehr zur AVE. Ne. So, bist du bei uns auf dem Spawn? Ja. Ja, ich guck, bist in den Short. Du schießt auf den Spot? Jawohl, lecker. Jo. Aus Budapest kommt der, der heißt ja Lopez und hat 80 Punkte Spielstunden. Da war ich ja. Der war für die Bombe. Lopez ist in der Mitte. Ja, der jumped da mit der AVE rum. Wer weiß ja eh, wo die Gegner sind. Und der Pro hat der irgendwas an, der hat bestimmt einen Trigger-Bot oder Aim-Assist. Ach, Quatsch. Alter, der hat 48 Spielstunden. Der ist halt ein fucking Smurf. Wie viele Millionen Smurfs gibt's denn? Ja, aber lassen sie sich nicht bezahlen? Ach, Quatsch. Trave, willst du mir vielleicht was droppen mit deinem 14k? Was? Ja, ich kann die Leerler. Die AVE? Okay. Lug Money. Ja, da waren halt drei Arme. Lug Money und mich nennt der Dekadent, weißt du. Ist auch so. Ja, ja, ja. Drecksack. Mitte. Auf A auch. Ich hab Anschuss, Mitte. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Danke. Letzter ist Palace. Palace? Ja. Ich hab ihn steppen gehört. Ich aame Palace ab. Ja, kommt raus. Ja. Ja. Ja, das ist zu schnell hin und her. Oh, fuck. Scheißflash. Ich komm von hinten. Zurück. Er ist jetzt nach hinten gelaufen. Ja, ich will ihn steppen. Ach, Dreck. Er kommt zur Bombe runter. Guck einfach. Guck einfach. Na ja, die Bombe sind bei der unten. Hey, launch down. Keiner drei AWPs, ey. Und keiner trifft. Und er geht auch noch. Ah, ist er verrückt? Verrückt? Ich treff, wenn ich ihn mit mir fließe. Ey. Ich hoffe, wenn wir mal ein Kill System. Du hast mir doch die AVE gejumpt, oder? Ja. Dann müsste das auf deinen Kill Counter gehen. Das wärs, ne? Jedes Mal, wenn du irgendwem droppst. Am besten noch, wenn der Gegner dir die Waffe sozusagen überlässt. Ja. Dann geht's auf seinen Kill Counter. Wird abgezogen. Mitte scheint leer zu sein. Ne, Mitte zwei. Ich höre auch einiges. Also, wir können unter anderem. Connector sind schon drin. Kommen sie zu B rüber? Äh, zu A. Sieht so aus. So mit der Connector. Einer hat gepusht. Äh, geboostet. Einer ist definitiv noch in der Mitte. Ne, Mitte. Oh ne, einer kommt Jungle. Einer kommt Jungle. Loll, GG. Ja, ja. Der ist da gerade rumgesneakt. Ich hab Jungle nichts gesehen. Ich bin doch Jungle gewesen. Ne, in der Mitte ist immer noch einer. Ich sag's doch. Boah. Boah. Ah, jetzt kommt mein Jungle. Und jetzt kommt er vor. Ja klar. Die warten immer gut ab. Aber die haben glaube ich auch mindestens zwei AWPs. Ja. 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 Ich weiß nicht mal. Sie werden jetzt nochmal so über B gehen. Oder den Weg den sie gerade gemacht haben. Go, go. Jetzt! Ich durche. Leider kommt durch die Smoke durch. Sie sehen mich immer als erstes ey. Nur noch Mitte oben einer. Ja, A, einer Palace, einer oben Die AWP Noch einer Tetris Einer Jungle LOL 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 Habt ihr das gesehen? Ja Der hackt, das kann er nicht gewusst haben Tetris LOL Ja, okay Guck mal, wie der wieder dem hinterher geht Ja, ja Der hat den nur nicht getroffen, weil der nicht durchkirschen konnte, es liegt zwei Ich sehe, er schießt durch dieses komische Häuschen, das ist auf jeden Fall ein Hacker, nice Ja Ja, oh ja AWP Halver Report, ein gutes Ne, wenn du unbedingt nicht willst Ne, ich will sie nicht Eine der wenigen Sachen, die ich nicht kann Ich kann sie auch nicht besonders gut, aber Außer gut aussehen kann er alles Gut aussehen kann ich damit auch, ja Aber nur wenn Sticker draus sind Aber nur dann Oh Gott, war die schlecht, mittel Oh Gott, war die schlecht Oh, mittel ist sogar was Einer ist immer mittel von denen Äh, B-Apps, B-Apps B-Apps B-Apps, was? B-Apps, was? Auf jeden Fall Steps gerade Boah, pushen die dich? Ja, ja Boah, sie ist noch im Haus oben Ist noch einer da, ne? Oben im Haus ist einer, ja Aber der Lopez engt da nicht hin, also ist alles cool Ja, also kommt mir nicht vor, sagst du Hoch Ja, wenn der Lopez sich nicht bewegt, muss man keine Ahnung haben Ich wollte gerade sagen, ja Das ist so geil Ja, wenn der hinter dir steht nix tut, dann passiert auch nix Das ist wie ein eigener Wallhack, ne? Du weißt, wer sich nicht bewegt, dann geht nix Aber ehrlich, dafür, dass er angeblich Oder ziemlich sicher den Wallhack hat, ist ja ganz schön gescheiße Ja Ja gut, er sieht die Leute durch die Wall und kann dann Sachen verhindern Aber kann halt da irgendwie besser schießen Wenn er sie halt nicht trifft, ja, ich wollte es gerade sagen Genau Boah, sie kommen alle A Okay, mir ist komplett frei Ne, mir ist nicht komplett frei Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, und er, äh und z F.A. Oh je F.A. 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 Böhm, nix Baa, der Lob ist klär, das für euch Ach, schieß er auch durch die Smoke, ist er so dreist? Ne, hat er nicht, da war keiner H.A. 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 Loll Tetriss ist der letzte Oh, wie er sich weiß Wie er sich weiß Ist okay, wie er hinguckt, dann Oh, ich kann da hinspringen Ach du Bastard Aber am Ende des Matches reporten wir den mal ordentlich rein Ich hab ihn schon reportet Ich reporte den jede Runde, du Ach so Aber der wird wahrscheinlich nicht rausgekickt werden Wenn Wacht das sehen würde, dann würde der sofort raushauen Wack sieht's nicht, aber das Overwatch sieht's. Ja eben, Overwatch, aber das wird, das ist ja erst nach der Runde so. Ja, ja, das ist nach dem Spiel, ja. Ja, das meine ich. Genau, Rush B, don't stop. Das funktioniert aber auch nur auf dieser Low-E nur noch so gut, ey. Ja, es ist halt immer nur einer B, ne? Höhe, mach die halt einen B-Stack. Und A-Retake. Ja. Oder hast du eine AWP, die auf A steht, und das war's denn? Einer, äh, Truck? Bench? Alter, fall doch um, ey. Gott im Himmel. Er gibt mir halt. Der lässt sich echt messern. Ja, da waren zwei. Ebs ist einer. Oh, wie er zumindest nicht wartet, dass da noch einer kommt. Und dann scheiße spießt. Ah, genau. Er sieht's halt, aber er kann's nicht, ne? Oh, Mann, ey. Das ist schon bitter. Er spielt aber auch nur auf die Kills. Er spielt nicht irgendwie mal, um jemanden Deckung zu geben oder so. Nein, 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 nein. Du hast ja auch gerade gesehen, wie er hinter dem Schatz saß, der erste springt durchs Fenster, und er sitzt immer noch da und guckt hoch, und da kommt der zweite. Anstatt halt eine Position zu nehmen, die mehr reinsieht. Ja. Da kaufen wir. Da werden wir geplantet. Ja, wir laufen wohl. Ja. Noch mal B? Ja. Let's go! Die Nova. Ah. Genau, lass die Nova vorlaufen, die regelt das. Ja, beste Nova, also? Ja, ich sicher mal underground ab, lass uns da nicht reinrushen. Quark ist einer. Mit AWP eher sicher. Mit AWP, ja, ne, ist klar, ey. Also raschen um? Ne, Paprika steht links. Und der mit AWP ist Bench. Lass uns, lass uns rotieren, lass uns rotieren. Boah. Hinter uns, hinter uns. Boah, ich wusste es, ey. Ist ja Waffen. Einer ist noch underground, glaub ich. Versucht aber zu rotieren. Ah, gut. Oh, ich bin auf die Wand. Und noch was? Noll. One B-Car. Last B-Car. Der last B-Car sagt er halt sogar an. Nice Wally-Gude. Witten up. Ja gut, da kamen die AWP-Shots, ja, ne, also. Da hast du grad, ähm, up. Yeah, I know, sorry. Das, das hört man ja auch ganz dezent, dass er eine AWP hat. Und man hört es auch ganz dezent, dass der irgendwie keine elf Jahre alt ist. Ich war gespannt, wie kann man das auch machen? Oh, so weird. Er springt schön mit dem Arsch mir ins Gesicht. Nice. Wo ist seine AWP? Die AWP, ach so, hast du die gepickt? Ne, hab ich nicht. Hä? Wo hat er sie denn gelassen? Keine Ahnung, ja, war bloß mit der Pistol da. Der hat sich gleich da weggeschmissen, keine Ahnung. Ist natürlich intelligent. Nein, ich krieg die Waffe nicht. Genau. Aber er hat halt nur die Pistol gegen zwei. Ja, aber besser als die AWP, oder? Ja, er hätte halt nur die AWP vielleicht noch zwei holen. Ja, beim Retake ist das gar nicht so schlecht. Einen wegholen und dann... Ach, komm. Ich hasse, dass die Smoke die Bewegung immer mitnimmt. Er ist im Window drin. Window kann ich gleich molly'n. Oder wo die Pushen. Über Connector kommt glaub ich was. Mhm. Ja, Connector down. Ah, Hilfe! Von uns. Schön. Einer nach Window. Push mich mal gerne hoch. In Window. Ne, Window ist nix. Aber könnte natürlich links sein. Da ist noch einer. Einer Jungle. Hat jetzt ne Waffe. Letzte Jungle. Oh! Hm! Jawoll! Also wenn der wirklich Wallhack hat, ne, dann frag ich mich, wo der hinten aimt, ey. Krass. Das ist ja grad das. Beim Wallhack aimst du plötzlich gegen Wände. Wo du denkst, äh, ja, ich guck halt wo der Gegner ist. Ja, weil der Wallhack kann einen aber auch echt erschrecken. Weißt du, da ist ne Wand dazwischen. Du siehst die Wände ja nicht. Und du siehst nur euer Gegner. Und du rotst halt in die Wand rein. Am besten ist halt, wenn du die Wände darstellst. Einer? Aber, ja, ich geh ab, er ist. Am besten ist halt, wenn du die Wände grün darstellst und so leicht transparent. Dann siehst du die Wände noch, aber auch die Gegner. Ja, kein einziges Head gemacht. Boah, der steht close. Voll. Wumms, soll ich alle weg oder kriegt ihr den noch? Ich hab ihn. Ja. Souverän haben wir das gerade gemacht. Ganz souverän. Einer, ich hab ihn. Ja. Boah. Hab ich zu lang für den einen im Ninja gebraucht. Ninja sieht man aber auch scheiße, ey. Eko, oder? Echt? Ja, einer von uns hat 1700. Und droppen können wir nicht so richtig, oder? Na, ich kauf mal der Tech-9. Ja, wir wollen. Ja, gut. Let's go! Victory awaits! Tech-9. Bist du ein Tech-9-Rush machen, oder was? Smoke! Tech-9 ist doch die neue... Die neue... Äh... Rauchkanal in der Mitte. Danke für den Block. Hä? Welche... Oh Gott! Evil! Der! Der! Einer ist, äh, Window Mid und Window Zwei Warte Kurz hat keiner, ne? Doch. Kommt einer Kurz Kurz Was? Digga, es kann sich keiner erzählen, was ist das Spiel für ein Scheiß-Game Vielleicht ist nur einer auf CT Überlebt! Sogar ohne Templer Ja Entscheidung zur Runde Ach, mir das Das Beste, was ich mal gesehen habe, war ein Hacker, der einfach mit der Autosniper auf den Boden guckt Sich gedreht hat, wie blöder Ja, einfach auf den Boden und dann die Schüsse, die irgendwie verfolgt haben, keine Ahnung wie das physisch sein soll Ja Ja Seid ihr fertig? Gleich Eventuell Oh Gott, ist das Lopez? Ah, der schießt ja schon wieder durch Wände durch CT Einer Hast du gesehen, ob Underwood was ist? Ne, da ist das Underwood hab ich gemollied Ich bin nicht hin Oh Gott Sorry Das ist gut Oh shit Oh shit Das hab ich nicht für den Topeka, man Blend Please Blend, guys Oh shit Ah ding Super Super Zieht Das ist aber gelieft Uh, Gold Nummer 2 Bin mal schnell auf